Halli Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde, neuen Runde Projekt X. Heute spielen wir, uns schwer zu erkennen, UNO! Oh Gott, das ist Jahrzehnte her. Ja, Online-Spiel, ne? Ich hab dir eine Einladung geschickt eigentlich. Wo kann ich da reingucken? Umschalt F2. Umschalt? Ist Shift und F2? Ja. Eigentlich. Passiert bei mir nix. Ja, weil du wahrscheinlich wieder, äh, Dings an hast, äh, Flapps. Warte. Ja, natürlich hab ich Flapps an. Äh. Ja. Bekommst du keine Einladung? Warte mal. Irgendwo? Irgendwo? Machen wir so. Jetzt, dein Mikrofon ist jetzt auch, glaub ich, laut. Sag mal was. Hallo? Ja, dein Mikrofon ist jetzt richtig laut. Hä? Ich hab's aber diesmal ausgemacht. Ja, gut. Besser? Ja, das ist so ein UNO-Bug. Ja. Allgemein irgendwie alle U-Play-Spiele. Gut. Ähm, dann können wir Party beginnen, oder? Ja. Yay. Spielen wir nur zu zweitens, ist ja langweilig. Man kann leider keine KIs dazu tun. Wobei wir können in der nächsten Runde vielleicht mal, ähm, die... Oh nein, Spiele. Ah, doch, wir haben KIs. Passt schon. Okay, das passt. Ich darf anfangen? Nee, 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 passt schon. Die machen uns jetzt schon fertig. Ich hab dich auch lieb, Keksi. Ich hab dich auch lieb, Keksi. Blau. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Blau. Ich hab auch mal solche 4 und plus 2 Karten. Nein! Da hast du mal eine. Warum? Leute, merkt euch, in solchen Spielen werden Freundschaften beendet. Jetzt sagt nichts falsch, das Grün. Äh! Ne, 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 was ist hier mit Stechen? Funktioniert nicht. Ja, kennst du das nicht? Wenn du eine passende Karte hast, dass du die dazwischen schmeißen kannst? So eine Actionkarte, wenn du zum Beispiel einer die Richtung ändert, dass du zum Beispiel eine Richtungsänderung selber dazwischen schmeißen kannst? Ich kenn es so. Egal. Andere Länder, andere Sitten. Keks? Ja? Ich wollt's nur sagen. Was denn? Oh. Irgendwie machen die KIs uns grad fertig, kann das sein? Blau. Danke. Du bist wieder dran. Muss er mit seinem Grün wieder dazwischen? Blau. Blau. Ich bin blau. Nein! Wie drücke ich UNO nachher? Mach fertig. Mach den Typen fertig, Alter. Deswegen hab ich die Richtung geändert. Ach. Sehr schön. Luna. Äh. Wehe. Ach. Pudding? Oh. Da liegt doch eine blaue, du Pfeife. Ja, wahrscheinlich kannst du keine blaue legen. Hä? Aber wieso sollte man es dir ein blaues wünschen? KIs. Äh. Er hat Spaß. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ja. Ich hoffe zu dem Thema. Äh. Äh. Los Keks. Das ist gut. Oh ja. Uah. Das gibt's nicht. Oh. Wir werden von den KIs für dich gemacht. Uh. Partybonus. Hohoho. Oh boy. Nächstes Spiel. Na dann. Weiter geht's. Wir verlassen. Wir bleiben drin. 1, 0 Oh, hier werden jetzt Freundschaften beendet Ja Könnte übrigens mal kurz etwas machen Kriegst du bis dran Ich weiß Ist besser So Rot Ich bleib dabei Rot ist meine Farbe Und das Was ist denn das für eine Scheiße Das ist nicht gut Das ist nicht gut Meinst du? Äh Oh Früher konntest du wenigstens noch stechen Wenn du einen passenden hattest Außer den Viere Naja Er ist zu weit tief Zu weit tief Ich hab meine Tiefphase erreicht Ich seh's Kleine Sündenstraße Liebe Gott Fast sofort Ich hab keine Sünde Ja Du hast die meisten Ich bin Klee Wieso hab ich eigentlich kein Profilbild Was soll der Scheiß Das ist gut Ich glaub da hab ich noch keinen Das stimmt Oh Mal ein bisschen auch nochmal sicher gehen Hier Oh Was Pudding Warum sind wir so scheiße Alex Wir können nix dafür Äh Die haben Computerglück Nein Gut dann tausche ich jetzt mal die Farben Er liegt blau Ja Sehr gut Wir können nochmal eine gute Skippo spielen Boah Skippo Gibt's das auf PC? Bestimmt So wie sag ich nachher Uno Könnt mir das angezeigt? Wenn ich jemals so weit komme Du könntest Irgendwas auch mal ziehen Hab ich doch gerade eben Das gibt's nicht Das ist alles jetzt doof Alles doof hier Neh Freundschaft beendet Neh Freundschaft beendet Neh Freundschaft beendet Neh Ich hab zu spät reagiert Der hat kein Uno gesagt Die Luna Wir haben aber beide nicht reagiert Äh Hallo Das gibt's nicht Ich wollte eigentlich jetzt bloß kurz hier mein Das gibt's nicht Ey Kannst du die KIs mal runterstellen? Die haben mir hier ein bisschen zu viel Mehl Ich würd's gerne Aber es geht leider nicht Das sieht gar nicht mal so scheiße aus Es tut mir leid Alex Ich hab's ja nicht mehr 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 bin ich geil mehr dran kann das spiel irgendwie so weitermachen hört jetzt bitte mal auf jetzt ist schluss ja nein zu spät zu spät gedrückt ich wollte auch aber der war schon zu schnell weg machst du denn da ich habe mich umgeschmissen du bist dran guck an guck an wieso müsste ja eigentlich nie so viel ziehen ja mal den bis am anfang gewonnen das war deswegen sind wir alle auch relativ gleich reichts jetzt natürlich jetzt gibt mir eine rote karte du sau auf fußballfeld wäre das jetzt scheiße kassi wir sind schon wieder am abgelusen weil wir uns mehr gegenseit bekämpfen oh ne was warum sind die so gut ich hasse alles und jeden ich könnte es jetzt das kind alle ziehen wir müssen die spielregeln ändern dass man das ausspielt bis zum schluss wir sind so schlecht wir haben noch neue punkte hat KI-Buddy nicht schon die ganze zeit gewonnen ja irgendwie ja wir müssen trainieren Keksi wir wollen die meisten Herrschaft eine Mono gewinnen wir kommen wieder mit seiner plus karte das war jetzt sein glück alter dann fange ich mit dem mister wieder an nein bitte warum geht stechen nicht von Gott mein beat alter mein beat Ich sage es nichts mehr. Alles für die Katz, Alter, alles für die Katz. Das ist mein Beat, also mein Beat. Alter. Blau, blau, blau. Der hat kein UNO gesagt, der hat kein UNO gesagt. Ah! Sehr schön. Ist es 6 Uhr nachher? Nein. Nix da. Nein! Warte mal, bist du! Oh, ne. Leute! Ey, ihr seid doch alle behindert, oder? Das ist Glück. Nein. Das ist eine Behinderung. Gut sein im UNO. Ich komme zu UNO noch nie. Äh, da. Ich bin verwirrt, weil da auch UNO ist. Udo. So. Bitch. Jetzt wirst ihr hier fickt. Oh. Warum kann ich nicht stechen? Das ist doch zum Heulen. Schmeiß doch einfach eine grüne! Udo! Oh! Das ist doch nicht euer Ernst. Das gibt's nicht. Wieso? Warum? Es ist... Ich hasse Udo. Das sieht für dich auch gut aus. Grün, grün, grün. Uff. Das gibt's doch nicht. Wieso musst du nicht so... Bitch. Das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Bitch. Ich hatte nur noch eine gelbe. Ah, das ist doch zum Kotzen. Ey. Ne. Ne. Seh ich nicht. Da bist du jetzt schuld. Ich muss dir auch die Karten legen, die ich hab. Die passen. Oh, bitte keine blaue. Oh. Oh, jetzt ein Pudding, ne? Hm. Oder eine Pizza. Oh. Ja, friss. Friss. Friss, du Sau. Da stehst du drauf. Wieso... Wieso zieht der... Der hat mehr Karten wie du? Das verstehe ich nicht. Weil ich mein Glück hab. Nein. Ich werd gleich sauer. Ich werd gleich voll sauer. Ich werd gleich voll sauer. Freudefett. Ach du Drecksau. Ich hasse Uno. Das ist voll kacke. Oh. Äh. Nein. Oh. Glück. Lol. Ah. Fühlt sich das gut an. I'm the king. Die KS 10 nicht. So. Oh Gott. Medaillenaktualisierung. Ach du Scheiße. Hab ich vielleicht jetzt mal Glück. Ich hoffe. Pass auf. Die nächste kommt wieder mit ner plus 4 Karte. Okay. Oh. Ach. Ach. Die Musik ist irgendwie jetzt spannend, ne? Hm. Bessers Fight by T-World vorher. Die hat mich eher aufgeregt. Da gab's ja keine. Doch. Ganz leise. Echt? Ja. So ein Hintergrund. Auch so ein Hintergrunddudel. Tschuldigung. Es kommt immer zurück. Ja. Glück gehabt. Ich muss ziehen. Tschuldigung. Ich muss auch das ziehen, was ich kriege. Äh, liegen, was ich kriege. Ach man. Die Regeln hier sind anders, als die ich kenne. Ist das euer Scheiße ernst? Das seh ich nicht. Ich seh das auch nicht. Ernsthaft. Was kann der Ernst dafür? Seid doch ernst, mein Lieb du mir. Ich komm langsam wieder rein. Kann ich geben? Ich muss jetzt Luna fertig machen. Jetzt bist du abgehackt. Hallo, mein Name ist R2D2. So, hörst du dich gerade. Ah, da warst du jetzt schneller. Seh ich nicht. Ich bin blau. Das seh ich nicht. Ernsthaft. Das sieht keiner von uns. Ernsthaft. Bitch. Ey. Nö. Ja. Bitch. Künffkarten. Ja. Friss du Sau. Äh. 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 Ich hasse Grün. Alter. Es. Och. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Au, tut das weh. Das seh ich nicht. Ich seh das schon. Habe ich nicht. Du Dreckst du. Du kleine Bitch du. Was oder was du. Ach. Gott sei Dank. Es war gegen dich gerichtet. Uh. Jetzt hab ich gedacht. Hätte ich sonst aufgeschrieben, wenn ich gesagt hätte du kleine Bitch. Hä? Was? Ach nütz. Lade. 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 Ich hasse Grün Eigentlich ist es meine Lieblingsfarbe Aber heute hasse ich sie Nein Jetzt musst du blau legen Sonst habe ich ein Problem Dann kann ich mich plus zwei legen Ernsthaft Ich habe nichts Ähm Ähm Wehe Wehe Mach was draus Danke Nein Nein Können die sowas riechen Ja klar Du Drecksau Du kleine egeländige Bitch du Wenn ich meine blaue plus zwei schon nicht legen kann Können wir jetzt mal bei blau bleiben bitte Nein Die riechen es Boah ich bekomme nur blaue ne Bist du mich verhasst jetzt Klöpfe Das hat doch auch nie gepasst Blau Das sehe ich nicht Oh guck das musst du jetzt auch sehen Ich vollkottierte alles Er wieder mit seinem scheiß Grün hier Das hat doch keine Sau Es tut mir leid Warum Das ist Gerechtigkeit Du hast nur zweimal zwei reingefressen Reingezogen Ne X Uno hier Jetzt bitte leg grün Ne jetzt legt der Kalb Er legt jetzt Kalb Perfekt So Keks beendet das Spiel Hey Keks Rage quittet Ich habe schon 24 Minuten Eine Runde geht noch Ich weiß ja nicht wie es euch geht Aber ich kann den Keks nicht mehr hören Ach ja Hört ihr dass der irgendwas sagt Du Idiot Bitteschön Plus vier Ach man So Hättest du gewesen eine grüne sein können Nein Dankeschön Die riechen das Die spielen gegen mich Merkst du das Nein Das sehe ich nicht Also langsam Nee So tschüss ich gehe Darf ich auch wieder mitspielen Nein Nu Nööööö Wafuck Friss du Ruhe! Du auch Pudding, nein! Oh du Wichser! Ne, das seh ich nicht. Na wobei wäre eigentlich egal gewesen bei mir. Ich geh nach Hause. Achso, ich sitze ja schon zuhause. Du Kicks, mach was draus. Oh nein. Ich kann da nichts draus machen. Danke. Das war jetzt böse. Ich hab fast ein Level ab. Wollen wir, warte mal, verlassen. Ich kann ja gerne mal die Regeln umstellen. Wir können mal gucken, ja. So, wir sind dann in der nächsten Folge von Projekt X. Namen haben wir noch nicht. Nach wie vor einen Namen in die Kommentare unten. Wir überlegen uns was. Wir suchen uns was raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Irgendwelche letzten Worte. Ja, danke fürs Zubuck und bis zum nächsten Mal. Ciao.